Die Rakete der Superlative hat das erste Mal ihre Muskeln spielen lassen. Die größte und stärkste Rakete aller Zeiten steht gerade vor unser aller Augen und mit ihr will SpaceX und Elon Musk die Raumfahrt ein weiteres Mal revolutionieren. Die Superlative wie Größe, Schubstärke und Nutzlast sind da noch das bescheidenste am Starship-Programm. Die vollständige schnelle Wiederverwendung will ein Nutzlast-Fliesband in den Weltraum bauen. Ein Stairway to Heaven sozusagen. Wir hatten uns in der Technik-Episode letzte Woche angeschaut, warum SpaceX und vor allem Elon Musk so besessen sind von der vollständigen schnellen Wiederverwendung und warum das so schwer ist. In der Episode heute schauen wir uns dann im Detail an, was Mechazilla ist, wie er funktioniert, welchen Anflugskorridor SpaceX aktuell gewählt hat und was SpaceX eigentlich macht, wenn das Konzept mit der vollständigen schnellen Wiederverwendung nicht aufgeht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt senkrecht Starter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Das große Ziel beim Rapid Reuse, Starship und Booster sollen nur wenige Stunden nach dem Start und einer Rückkehr wieder starten können. Ohne große Reparaturen oder dem Austausch von Hardware. Ähnlich zu Verkehrsflugzeugen, die zwar regelmäßig gewartet werden müssen, die aber, wenn die Auslastung es zumindest erlaubt, möglichst permanent in der Luft sein sollen, weil sie nur dann Geld verdienen. Um diesen Prozess zu optimieren, tut SpaceX vielleicht das naheliegendste, wenn auch das Extremste. Was, wenn die Rakete nach dem Flug direkt auf der Startrampe landet? Nicht nur das, wenn sogar die Oberstufe zum Startplatz zurückkehrt und so gut wie direkt auf dem Booster landet. Für diese extreme Idee soll die Startinfrastruktur genutzt werden, um sowohl den Booster als auch das Starship nach einem Flug in der Luft zu fangen und direkt mit der neuen Integration zu beginnen. Völlig crazy. Das wäre dann das Sahnehäubchen der Starship-Entwicklung. Vorher sind aber noch einige Probleme für den eigentlichen Raketenstart zu lösen oder die aktuellen Konstruktionsansätze zumindest durch Tests zu bestätigen. Während man das abenteuerliche Landemanöver des Starships, der schon mit SN8, 9, 10, 11 und erfolgreich dann mit SN15 demonstriert hat, steht als eigentliche Feuertaufe der Re-Entry von orbitaler Geschwindigkeit aber noch aus. Gehen wir aber mal davon aus, dass der Flug und der Re-Entry klappen. Wie das Starship auf seinem Erstflug fliegen und im besten Fall wiederkehren soll, wie gesagt in der letzten Technik-Episode, verlinke ich unter dem Video. Jetzt aber zu Mechazilla. Okay, nochmal zum Mitschreiben, was SpaceX da vorhat. Mechazilla soll nach einem Start den rückkehrenden Booster in der Luft fangen. Das heißt, ein 69 Meter hoher Edelstahlkoloss von etwa 200 Tonnen wird mit Überschallgeschwindigkeit durch die Wolkendecke brettern. Es wird den, auch für die rückkehrenden Falcon 9 Booster typischen doppelten Überschallknall geben. Und erst kurz vor dem Boden wird der Booster dann abbremsen und dann von dem 150 Meter hohen Mechazilla Start und Fangturm aufgefangen werden. Nach der erfolgreichen Landung setzt dieser riesige Roboter den Booster zurück auf den Starttisch, von dem er ja nur kurz vorher abgehoben ist. Nicht nur das, auch der Starship soll nach einer Rückkehr aus dem Orbit gefangen werden und nach seiner erfolgreichen Landung auf Mechazilla direkt wieder auf den Super Heavy Booster gesetzt werden. Sollte der Plan von SpaceX mit der schnellen, vollständigen Wiederverwendbarkeit aufgehen, wäre so nach dem Auftanken der gesamten Rakete immerhin der größten, schwersten und stärksten Rakete aller Zeiten in nur wenigen Stunden ein neuer Start möglich. Warum aber der Name Mechazilla? Die Elon Musk Experten unter euch, die werden seine Vorliebe für die japanische Kultur vermutlich schon kennen. Ich persönlich würde heute einen Tweet aus dem Jahr 2018 als erstes Aufpoppen der Idee für Mechazilla interpretieren. Da twitterte Elon Musk, es ist Zeit ein Mecha zu erschaffen. Und passenderweise steht seit spätestens April 2021 der Kosename für den Start- und Fangturmfest Mechazilla, also ein Roboter in Form von Godzilla. Mit einiger Fantasie kann man auch die Silhouette von Godzilla erkennen. Im Startturm seinen Kopf, in dem sich die Umlenkrolle für die Chopsticks befinden und den Chopsticks dann die Arme. Dass Mechazilla später mal landende Raketen in der Luft fangen soll, müssen wir seit dem 30. August 2021. Da twitterte Elon Musk, SpaceX werde das größte fliegende Objekt aller Zeiten mit einem Roboterstäbchen fangen. Er fügte einen Ausschnitt aus dem Film Karate Kid von 1984 an, mit dem Mr. Miyagi versucht eine Fliege mit Essstäbchen zu fangen. Und da Essstäbchen auf Englisch Chopsticks heißen, tragen die Roboterfangarme von Mechazilla nun eben den Namen Chopsticks. Seit einem weiteren Tweet von Elon Musk vom Frühjahr 2022 wissen wir ziemlich genau, wie sich SpaceX zumindest bis zu diesem Zeitpunkt eine Landung vorgestellt hat. Elon Musk postete auf Twitter einen 24-Sekunden-Clip, ein kleines Video, das die Simulation eines landenden Boosters auf den Chopsticks mit Geschwindigkeit und Beschleunigung zeigt. Bevor wir das Video Schritt für Schritt auseinander nehmen, ein kleiner Hinweis, damals war der Starship-Booster noch etwas anders und auch die Raptor-Triebwerke sind mittlerweile in Version 2.0 leistungsfähiger. Vor allem aber mit 33 Stück deutlich zahlreicher als noch Anfang 2022. Eine Ahnung davon, wie sich SpaceX die verrückte Idee mit dem Fang von Raketen vorstellt, bekommen wir aber allemal. Was wir in dem Video von Elon Musk sehen, die letzten 20 Sekunden des Booster-Fluges vor der Landung auf den Chopsticks und dann weitere 10 Sekunden nach der Landung. Damit ihr die eingeblendeten Daten der Animationen richtig zuordnen könnt, sei hier kurz erklärt, auf was für ein Koordinatensystem sich die Graphen beziehen. Der Ursprung des Koordinatensystems liegt sehr wahrscheinlich im Massenmittelpunkt des leeren Boosters. Für jede der drei Raumrichtungen ist eine Achse vorhanden. Die X-Achse ist dabei identisch mit der Booster-Längsachse und ist nach oben positiv. Und wenn du gelernt hast, dass im dreidimensionalen Raum ja die Hochachse doch die Z-Achse ist, grundsätzlich kann jeder sein Koordinatensystem hinlegen und die Achsen benennen, wie er will. Solange man es nur hinreichend definiert. Fun Fact. Bei Schiffen ist die X-Achse übrigens auch die Schiffs-Längsachse. Aber zurück zum Starship. Die Y- und die Z-Achse stehen senkrecht zur X-Achse und befinden sich jeweils auf einer gedachten Ebene zwischen den Gitterflossen, den sogenannten Grid-Fins. Die grüne Y-Achse liegt auf der Ebene zwischen den engen Grid-Fins-Abständen. Die Z-Achse hingegen liegt auf der Ebene mittig durch den größeren Abständen der Grid-Fins. Body Acceleration, das ist die Beschleunigung, die der Booster während der Simulation erfährt. Body Rates sind die Drehraten um die jeweilige Raumachse. Und Altitude, also Höhe, ist denke ich selbsterklärend. Die Höhe über den Boden. Die Simulation startet bei 0 in einer Höhe von etwa 1800 Metern über dem Boden. Also da ist der größte Teil des Fluges schon gewesen. Mit fast 980 Kilometern pro Stunde muss der Booster nur kurz vorher in den Unterschallbereich gewechselt sein. Mit etwa 10 Grad Neigung rast der Booster aus nördlicher Richtung auf den Startum zu. Um abzubremsen, werden ab Sekunde 1 die zentralen, schwenkbaren Raptor-Triebwerke des Boosters gezündet. Die Beschleunigung des Boosters nimmt schlagartig auf bis zu 50 Meter pro Sekunde Quadrat zu. Also etwa das Fünffache der Erdbeschleunigung. Das bremst den vermutlich über 200 Tonnen schweren Booster in nur 4 Sekunden von knapp 1000 Kilometern pro Stunde auf 500 Kilometer pro Stunde ab. Bei Sekunde 6 in einer Höhe von nur noch 620 Metern über dem Boden schalten sich 6 Raptoren aus. Das sehen wir auch an dem krassen Einbruch der Beschleunigung in der Booster-Längsachse, in rot für die X-Achse. Hier wirkt kurzzeitig mit 9,8 Metern pro Sekunde Quadrat nur etwa 1 G auf den Booster. Die drei verbliebenen Raptoren, die noch feuern, fahren ihren Schub weiter hoch. Das können wir sowohl in der Beschleunigung als auch an den Vektoren, die aus dem unteren Ende des animierten Boosters züngeln erkennen. Mit etwa 20 Metern pro Sekunde bremsen die drei Raptoren den Booster weiter ab. Der Booster ist bei Sekunde 7 nur noch 530 Metern über den Chopsticks und immer noch 340 Kilometer pro Stunde schnell. Wobei der Booster jetzt fast nur noch vertikal fällt. Diese Restgeschwindigkeit wird von den drei Raptoren weiter mit relativ konstanten Schub und natürlich viel Steuerbewegung der Schubvektorsteuerung abgebaut. Bei Sekunde 15 ist der Booster nur noch etwa 60 Meter von den Chopsticks entfernt und hat immer noch eine Fallgeschwindigkeit von gut 100 Kilometern pro Stunde. Sekunde 16, der Booster ist bereits zwischen die Chopsticks eingetaucht und die Haltepunkte auf etwa Höhe der vier Grid Fins sind nur noch 35 Metern von dem Aufsetzen entfernt. Der Booster ist jetzt nur noch 25 Kilometer pro Stunde schnell. Vermutlich durch Näherungssensoren gesteuert, bewegen sich die Chopsticks jetzt wie Zangen weiter auf den Booster zu. Sekunde 19, die drei Raptoren regeln weiter runter und halten den Booster annähernd in der Schwebe. Es sind nur noch 3 Meter bis zum Aufsetzen. Das ist jetzt schon auch signifikant anders als bei der Falcon 9. Nach einem Kontakt wackelt die orangene Darstellung des Abgases am Boden hin und her und die Schubvektoren, die unter dem Booster durch Pfeile angedeutet sind, züngeln wild hin und her. Die Schubvektorsteuerung wird hier richtig zu arbeiten haben. Das kennst du vielleicht von Kameradrohnen, die Windstöße oder das Antiken mit dem Finger kompensieren müssen. Ja, das ist nicht gerade ein stabiler Flugzustand. Bei Sekunde 22 werden die verbliebenen Raptoren in kurzer Folge einer nach dem anderen abgeschaltet und der Booster fällt in die Haltepunkte. Dafür werden die Chopsticks sehr wahrscheinlich mit einem Dämpfersystem für eine weichere Landung sorgen. Wie ihr sehr gut auf der Animation von Ryan Hansen sehen könnt, ist die Mechanik der Chopsticks dazu in der Lage, den Booster nach dem Fang so auszurichten, dass er passgenau wieder auf den Starttisch gestellt werden kann. Wenn die Triebwerke und der Rest der Rakete wirklich wartungsarm sind, könnte die Rakete nach dem Betanken direkt wieder losfliegen. Es fehlt natürlich noch die Starship-Oberstufe, aber dazu kommen wir gleich. Während SpaceX eine Fertigungsstraße für Starship und Booster gebaut hat und die Dinger in Zukunft monatsweise ausspucken will, gibt es einen anderen limitierenden Faktor. Die Startanlage. Zu der Startanlage gehört nicht nur der Startturm, der Mechazilla-Integrations- und Fangturm, sondern auch die Tankfarm und das gesamte Ground Support Equipment. Von Elon Musk auch Stage Zero genannt. Obwohl das Ganze noch Bastelcharakter hat und sich täglich Dinge ändern, dürfte der Bau einer neuen Stage Zero, wie jetzt am Cape, in die hunderten Millionen Dollar gehen. Und selbst mit etwas Übung und wenn das Design endgültig fertig ist, dürfte ein Neubau Monate dauern. Da liegt es nahe, dass man die Sache mit dem Landen in den Mechazilla-Chopsticks vielleicht nicht beim ersten Flug ausprobiert. Wie das alles für den Booster bei einer Wasserlandung ausgehen könnte, habe ich in einer anderen Technik-Episode erklärt. Verlinke ich dir unter dem Video. Trotzdem bleibt das erklärte Ziel die schnelle Wiederverwendung und irgendwann werden wir Versuche von SpaceX sehen, bei denen der Booster versucht wird, auf Mechazilla zu landen. Welche Überlegungen sich SpaceX über die Ab- und Anflugroute gemacht hat, das hat Oa hervorragend herausgearbeitet. Ja, nachdem er von Chris und Aeneas die SpaceX-Simulation als Flugbahn-Koordinaten bekommen hatte, konnte er seine 3D-Modelle auf einer Karte von Boca Chica positionieren und so die Flugroute visualisieren. Sollte die von Elon Musk geteilte Simulation dem finalen Anflug entsprechen, würde der wiederkehrende Booster also nicht über die Tankfarm fliegen. Trotzdem alles ganz schön eng beieinander. Während für den Super Heavy Booster analog zur Falcon Booster-Landung nach 10 Minuten alles vorbei ist und im besten Fall sicher gelandet wird, ist das alles für eine zweite Stufe deutlich komplizierter. Klar, Starship wird mit Orbitalgeschwindigkeit unterwegs sein und damit etwa 5 Mal so schnell wie der Booster. Da wären wir dann beim Hitzeschild und Abbau von Geschwindigkeit. Allerdings beim Starship ist die Sache mit dem Wieder- zum Startplatz-Zurückkommen aus einem ganz anderen Grund auch etwas komplizierter. Da die Erdrotation Boca Chica bereits ein gutes Stück weiter nach Osten gedreht hat, wenn das Starship einmal um die Erde herum ist, wird man einige Umläufe warten müssen, bis man es zurückholen kann. Elon Musk spricht von drei bis vier Orbits, die das Starship absolvieren muss, damit es wieder die annähernd richtige Flugrichtung hat, um am Startplatz landen zu können. Dank seiner Steuerfläche wird man etwas Spiel haben beim Steuern im Anflug, aber die grobe Flugrichtung, die muss schon passen. Bei etwa 90 Minuten pro Erdumlauf heißt das, 5 bis 6 Stunden nach einem Start könnte das Starship theoretisch wieder am Startpunkt landen. Das erklärt übrigens auch die von Elon Musk als Zielgröße für die Wiederverwendung des Starships angegebenen etwa drei Flüge pro Tag und Starship. Ich würde mich ja schon total freuen, wenn das Starship überhaupt nur einen erfolgreichen Orbitalflug schafft, aber im Vergleich zu Elon Musk bin ich ja nur YouTuber und Kleingeist. Jedoch weiß man bei SpaceX sehr wohl, das mit der Oberstufenwiederverwendung könnte nicht ganz so einfach werden. Das zeigt eine aktuelle Änderung der SpaceX-Webseite, dazu gleich mehr. Vorher noch einmal ein riesiges Lob und Dankeschön an Chris, Eneas und Ohr für das Rekonstruieren der SpaceX-Simulation. Weiter möchte ich mich bei Nick Henning und Ryan Hansen bedanken, dass ich ihre Animationen benutzen durfte. Folgt den Jungs unbedingt auf YouTube und Twitter. Last but not least, vielen Dank an Matt Katscher für das Bild und vor allem den geilen Sound der Falcon 9-Landung. Aber noch einmal zurück zum Starship und ob Elon Musk vielleicht hier seinen Mund etwas voll genommen hat mit der vollständigen Wiederverwendung. Auf der SpaceX-Homepage ist plötzlich von einem Wegwerf-Starship die Rede. Neben der schon beeindruckenden Nutzlast von 150 Tonnen in den niedrigen Erdorbit in der wiederverwendbaren Version, nennt man nun 250 Tonnen bei der Wegwerf-Version. Hier auf dem Kanal habe ich das schon öfter gesagt. Ich gehe davon aus, dass SpaceX das Starship eine ganze Zeit lang mit Starlink-Nutzlasten fliegen wird, bevor es das Risiko eingeht, zahlende Kundschaft zu verärgern. Auf diesen Inhouse-Flügen wird SpaceX dann nach und nach die Wiederverwendung optimieren. Erst mit dem Booster und irgendwann mit dem Starship. Ich habe mit Professor Chris Combs über Hyperschall und den aktuellen Hitzeschutz des Starships gesprochen und er sieht da noch ein paar große Fragezeichen. Die Patreon- und YouTube-Kanal-Mitglieder haben ja schon das volle Interview bekommen. Alle anderen müssen sich noch etwas auf meine Episode über Hyperschallflug gedulden. Käse! Überall Käse, Houston! Oh, Kamera wieder angelassen. Ja, wenn du mir helfen möchtest, mehr Spielzeug zu kaufen, ich meine, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter-Patreon oder zur Senkrechtstarter-YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Hashtag Team Space. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht mehr geben. Es standen mal Menschen auf dem Mond. Das ist so lange her, dass es schon nicht mehr fassbar ist. Es fühlt sich fast wie ein Rückschritt der Menschheit an, dass wir so lange nicht mehr da waren. Das wird sich aber zeitnah ändern. Unser persönlicher Apollo-Moment. Freu dich drauf. Die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. Lärmende Video über Starship. Das passiert doch kein... Entschuldigung. Nathalie, was du mir wieder mitmachst. Test-Dispenser genannt im Mechanismus. Mechanismus. Findus. Chill mal. Die plausibelste Simula... Nee, nee, nee. Bip, 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 Feuerwehr. Das war nicht schlecht. Weiter. Nee, nee, nee. �